Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 days to 3. Ich habe gerade einen Airdropf vernommen. Da ist ein Airdropf. Wie weit ist dieser Airdropf von uns entfernt? Ah! Kein Katzensprung! Na dat 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 mache ich auf keinen Fall, liebe Leute. So weit zu laufen, jetzt ohne Radl kommt gar nicht in die Tüte. So, ich habe nicht gefahren. Ich hatte keine Zeit. Ich hasse diese Luke. Ich kann kotzen. Ui! Tschüss! Tschüss! So, zurück zum Text. Wir wollen Fahrrad. Ich will ein Fahrrad. Fahr. Bike. Ich will ein Bike. Nicht ein Motorrad. Fahrrad. Gibt es das auch unter Fahrrad? Nein. Wie heißt das? Big. Big Cycle. Was brauche ich denn dafür? Also, wir brauchen dit da. Oh, ich habe viel zu viele, viel zu wenig mechanische Parts. Ach du, Kacke. 30 von. Das ist noch immer viel zu viel, liebe Leute. Viel zu viel. Ich brauche mechanische Parts. Mechanische Teile. Äh, wo ist meine, wo ist meine Vrench? Meine Vrench. Vrench, Vrench. Ich habe doch noch Teilchen. Schreit hat keinen, obwohl er noch ein Inventar voll hat. Also, Bike. So. Ich brauche Hammer. Klebeband. Hammer. Leder. Hammer. Hammer. Also. Ist das hier drin? Klebeband. Lederchen. Noch was. War da noch was? Oh, noch mehr mechanische Teile. Ist ja ganz schön viel. Hier so mechanische Teile, die ich besitze. Habe ich noch wo? Mechanische Teile rumfliegen. Scheint nicht so viel. Was fehlt? Äh. Eisen. Wo ist denn mein Eisen? Da ist mein Eisen. So. War da noch in der Kiste was? Ja, auch noch. Ich habe viel zu viel über irgendwas rumfliegen. So, da machen wir mal. Ne. Hier. Chassis. Was fehlt mir hier für? Ja. Gut sind Eisenrohre. Ich suche mal kurz Eisenrohre, ja? Ich bin sofort wieder da. Ah. Schon gefunden. Ah, jetzt fehlt das Leder. Ich komme sofort. So, wo ist mein Leder? Da ist mein ganzes Leder. Ich wollte schon sagen, ich habe doch hier keine Lederprobleme. So, leh. Das hier. So, jetzt brauche ich das hier. Ah. Rad brauche ich noch. Also, Rad. Ich hätte gern. Hm. Wheel. W. Ach, mit Haar, du Depp. Wheel. Was brauche ich dafür? Ui. 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 Ach, du Arnd. Es kommt. Was weiß ich. Wie viel brauche ich? Wie viel Kunststoff 40? Hab ich gelesen. 11 Ja gut Hab ich gesagt, dass ich so viel Kunststoff besitze Nein Also wir gehen mal kurz Kunststoff farben Ja Ich bin sofort wieder da Ey Alles bleibt hier Ja Ich komm gleich wieder Keine Panik Der Tiro kommt Irgendwann wieder Du bleibst da So Zack Was kann ich hier lassen Das lasse ich hier Das lasse ich hier Solle Das soll reichen So ab geht's Hab doch Ja Ab geht's Abwärts Und weiter Ich brauche meine Axt Axt in der Slotbar So die Axt ist da wie kriegt plastik ich rieche plastik einmal bitte darf ich schon zwei plastik wenn das so weitergeht sind wir morgen noch zu gang so wie krieg ich jetzt plastik am schnellsten ja ich hole ja schon die machi die machi ist ja schon geschärft hat die mir beim sterben noch eine geklatscht es hat wirklich so hat die mir noch eine geklatscht so du hast mir keine geklatscht so du willst auch noch eine mit der machi kann es haben kommen 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 wir tanzen noch ein stückchen ringel rangelro der zappel philipp philipp haut der mir einfach eine jetzt wo ich aber hier die weite suchen klatscht er mir einfach zweimal das ist ja immer mama ja das hätte ihr noch gepasst mich dreimal zu klatschen da habe ich aber noch wird hier mitzureden klatsch klatsch so leh wo gibt es noch plastik hallo hoppla hoppla schulden sie wollt sie nicht steuern bob bob klappe bob bob allen freund kommt auch eben ob der baumeister wie geht sie alles fit im schritt klatsch der mehr klatsch ich mit zweimal wieder gehauen Und... Juhu! Komm, Butt, 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 Butt. Ich darf mal, ne? Ja, jetzt haltet doch mal eure Schnellliehe. Ich habe heute schon genug eingesteckt. Zwei Klatschis. Habe ich schon bekommen. Ich hasse Mikro, klar. Ich komme. Lasst euch nicht stören. Ja, ich habe dich... Das wird mir aber jetzt etwas zu bunt. Ja, Hallöchen. Auch schon hier. Ja, leg dich hin, du. Liegt bequem. Gesell dich mal zu deinem Freund. Ich habe dich gesellig dazu gesagt. Ab nach Val... Valhalla. Valhalla. Ja, 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 ja. Ich bin gleich bereit. Die Machete ist gleich wieder startbereit. Also, Attacke! So, da war die Klatsche. Hopp. Ja, komm. Bisschen weiter so. Komm, 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 komm. Noch ein Schrittchen, noch ein Schrittchen, noch ein Schrittchen vor das andere. Und... Noch einmal. Ey, haut die mir hier fast ein auf den Latz. Hopp. So, leh. Ich bin doch schon da. Was ist das? Das sieht so verdächtig aus. Schade doch nichts. Ist hier jemand? Nein. Ich kümmere mich mal um euer Telieu. Schade. Ich dachte, das hätte ich übersehen. Traurig. Ist hier irgendwas aus Plastik? Mülleimer. Mülleimer sind doch aus Plastik. Äh. Oh, Duct Tape. Boah, kann man nicht meckern. Was ergibt das hier, wenn ich drauf haue? Holz. Ja, das ergibt gar nichts. Aber mach ihn mal vollständigkeitshalber. Egal. Ach, schade. Äh, wo will ich lang? Hier will ich lang. Es ergibt das hier, wenn ich da drauf haue? Das ergibt auch nichts. Das ist jetzt aber richtig assi, ne? Nix gibt Plastik. Ich habe noch gar nicht alles durchsucht. Hier ist mir auch scheißegal. Ach, du ahnst es kaum, wie viel denn hier immer versteckte ist. Hm? Ne Mikrowelle. Ist da auch was Plastisches dran? Nein. Wäre auch zu schön. Wenn da Plastik dran wäre. Ist denn hier irgendwas Plastikartiges? Ich suche Plastik. Ja, ja, halt den Babbel da hinten. Ich such dich nicht. Ich suche Plastik. Im Postoffice ist sicher irgendwas Plastisches. Plastikartisches. Was haben wir denn hier so? Umel. Guck, guck. Uh, Brennmaterial. Wie habe ich das denn übersehen können? Feurig. Zum Verfeuern Material. Ja, wusste ich doch. Hier ist ganz viel Plastik. So, einmal bitte hier drauf hauen. Wenn ich so weitermache, dauert das wirklich noch Jahrzehnte. So. Wo gibt es noch hier? Was ist hier drin? Nichts Interessantes. Ich zucke erstmal meine Machete. Ist hier irgendwas Plastikartiges? Weil ich es so im Gange gerade entdecke. Ich seh da noch ein... Egal. So, neues Plastik. Ich guck immer lieber nochmal nach leer. Alles leer. Schade, aber auch nie ist was drin, was ich gebrauchen kann. Juii. Hipp, hipp. Hoch. Das ist doch jetzt... Hä? Wir sind uns beide einig, dass wir da oben was sehen, ne? die frage ist nur ist der aufgang auf jeden fall ist hier plastik das sehe ich auch da ist noch mehr plastik aus was bestehst du aus viel zu vielen hit points hab ich dich nicht passt wie komme ich denn ja jetzt da hoch das hat eigentlich fast eine gute oder base muss ich sagen ernsthaft ist kann ich mich hier ich hasse dass man kommen wenn du überladen ist oder einen gebrochenen knochen hat ist ja ganz schön schwerfällig ist doch super hier jetzt mal ernsthaft das ist doch die perfekte horde basis die sicherlich gleich ab so jetzt mal ernsthaft für tag 14 wenn wir so großes problemfall noch nicht fertig haben ist das doch hier die perfekte lösung die perfekte alternative jetzt mal ernsthaft hier ist doch hammer geil dieses stückchen so wie viel plastik habe ich mittlerweile 54 habe nicht gut gefahren bis jetzt so wo haben wir denn noch plastik verstraße ich doch häufig plastik reifen reifen ich muss suchen ich gehe jetzt an dieser bar rein der hat mich lange genug gereizt für das moped ne ja ja ich habe euch doch alle gesehen so habt ihr bein schon mal einen auf dem deckel bekommen trennt ihr denn hier für manöver ihr macht wirklich hier lustige manöver jetzt mal ganz ehrlich was ist das denn hier für eine lustige tanzerei da gehe ich doch mal lieber eben bogen ran stillhalten bleibst liegen perfekt darf ich meinen fall ja sehr freundlich hallo schluck doch nicht so viele feile schnuckelputz leg dich hin und bleib doch liegen mensch jetzt schieße ich hier freundlicherweise euch alle ins ins schläfchen und ihr bedankt euch noch nicht mal ihr für jetzt habe ich jetzt habe ich aber genug schweile verschossen attacke attacke mit kanakke nein ich habe gerade zu wenig auskommen wir drehen kurz eine runde komput put 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 attacke so jetzt erstmal hier meine feile will ich wieder alle feile die ich habe gibt mir die schön wieder zack 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 wo sind meine anderen feile hin doch ganz viele noch ihr habt gewürgt ab zurück ins lädchen jetzt nehme ich aber die schrotz in hand dies nachgeladen was machst du jetzt die party ist schon vorbei mein freund die party hast du leider verpasst tut mir echt leid nix drin mensch wo ist jetzt kommt wo ist you wo ist wo wo ist wo ist wo ist wo ist wo ist So. Noch kurz hier ein Schüpfchen. So, haben wir alles, ne? Haben wir alles eingesackt. Sind da noch was cooles? Ne, eigentlich nicht. Ich sehe nix schönes zu looten. Ist da was schönes zu looten? Nö. Also gehen mal. Schönen Tag wünsche ich. Ich hab auch noch ein Miniball. Ein Fahrrad zu bauen. Jetzt mal hier. Das ist doch auch hier nicht mehr lustig. Tego muss noch Fahrrad bauen. Ist auch so, ne? Weil es ist doch nicht hier nur Fahrrad leicht zu machen. Weil man muss auch mal Fahrräder bauen. Ganz klar. Ein Fahrrad muss auch mal gebaut werden. Weil ein Fahrrad baut sich auch nicht von alleine. Wär schön. Ein Auto wär auch schön, wenn es sich von alleine baut. Aber tut's nicht. Deswegen muss der Tego jetzt nach Hause und Fahrrad bauen. Jetzt mal ernsthaft. Oh, ich hab schon wieder Durst. Ich hab Durst. Ich hab Durst. Ich hab Durst. Das ist doch gut. Ich hab' den raus. Ich hab' den raus. Ich hab' den ruhig. Ich hab' den weg. wieder zu haus mit dem fahrstuhl nach oben plopp und ab geht's so vor der werkbank nein 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 es ist nicht wahr es ist doch nicht wahr hörst du es ist kaum ich hab ich hab zwei flaschen da war noch was da war noch was wichtiges so ist hier noch öl 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 nein ist hier noch öl ja 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 schön ne brauche ich hab nämlich keine lampe scheint nicht so also gucken wir mal kurz ich brauchen wie wie zweimal ne mama erst mal nur eins obwohl für später kann auch ein zweites direkt hinterher plastik wird glaube ich nie mehr benötigt oder so ist das jetzt endlich fertig ich brauche nämlich ein bike cycle das schon mal ich habe das schon mal ich habe bitte schon mal ich habe bitte schon mal ich das fehlt fehlt mich harnisch teile die mich harnischen teile fehlen tut mir aber leid dass diese mechanischen teile fehlen und klatsch jetzt läuft das fahrrad ich weiß das ist nicht das beste mobil aber ist überhaupt ein mobil weil die frage ist haben oder nicht haben und ich finde haben ist besser als nicht haben wenn ihr anderer meinung seid seid es gerne aber ich bin weiter der meinung haben ist besser als nicht haben so ist noch was in meinem less essens bestand ja kartoffel 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 lecker 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 noch eine kartoffel noch eine kartoffel noch eine kartoffel geht noch eine jawohl noch eine sehr lecker sehr 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 lecker 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 hoppla das war jetzt nicht so geplant gar nicht so wo mache ich denn mein schlafsack machen wir den jetzt hier so da ist ein guter platz 6 aber ich würde sagen das fahrrad testen wir in der nächsten folge aus bis zum nächsten mal und miau